Hallo WhatGate Ich habe noch ein paar Tests gemacht und ich finde das mit den Bäumen sieht so gut aus Ah ich habe hier äh getestet Wie das mit dem Dach aussieht Und ich finde das sieht eigentlich ganz cool aus Jetzt fehlt halt nur noch äh Der eigentliche Bau So Und hier sind ein paar Sachen angepflanzt worden Und ich habe dieses Tor versucht zu bauen Das will ich hier eigentlich auch noch hinsetzen Und hier kann dann das äh Lagerhaus dran angeschlossen werden so gesehen Ja genau So jetzt brauchen wir aber erstmal Kopf So jetzt Und hier Und hier Und hier Und hier Und eigentlich müssten wir uns wirklich die Schreiner und die anderen Tools holen. Damit es hier weiter geht. Ach, ich wollte eigentlich noch gucken, ob ich andere Ringe habe für einfach Ausdaueregeneration, wenn ich mine gehe oder so. Nur ein bisschen mehr Ausdauere kann ja nicht schaden. Und vor allem, dann kriegen wir eine größere Spitzhacker. Womit wir hier besser Sachen abbauen können. Was vielleicht auch mal ganz nice wäre. So, und vielleicht kommt nachher noch Money online. Die hatte sich so ein bisschen danach angehört. Wäre auf jeden Fall nice. Jetzt müssen wir nochmal testen, wie das mit dem Server läuft. Und hier. Und hier. Okay. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Sollten wir genügend Kupfer haben. Das war's für heute. Das ist das Loch, was wir hier reingeschlagen haben. Okay, jetzt... Oh Gott. So. Oh. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 So Ich will mal ausprobieren Ich will mal ausprobieren Oh Gott, es ist dunkel Okay, es ist zu dunkel Ich will mal ausprobieren 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 Oh Ich will mal ausprobieren Ich will mal ausprobieren Ja, ich glaube, das dürfte echt geil aussehen Ich will mal ausprobieren 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 Ich icf Ich will mal ausprobieren Ich will mal ausprobieren Ich will mal ausprobieren Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 So Okay Langsam wird's Okay Okay So Hab ich denn noch genügend Steine oder muss ich jetzt Steine sammeln gehen? 2000 Steine sollte ja irgendwie reichen Okay Okay So 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Okay. 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 Oops. Okay. 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 Langsam sieht das hier ja echt nice aus. Das war's für heute. Ah, das hat nicht geklappt. Halli, hallo, hallöle. Sorry, dass ich jetzt erst die Nachricht gelesen habe. Ich habe jetzt die Nachricht gelesen. Oh Gott. So, sagt mir, dass das Bausystem gefährlich ist. Ja, und abstürzen. Aber das hier ist jetzt unsere Miene. Oh, das war falsch. Oh, ja. Oh. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Oh, okay. 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Und Flüssigkeiten holen. Das war's für heute. 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 Oh. 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 So. Oh. 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 Okay. No. Also. Das war's. Stop. So zwei Fackeln brauchen wir. Oh. Das war's. 1. Dämpfe 1. Dämpfe 4. 10. 100. 11. 11. 11. 12. Untertitelung des ZDF, 2020 Kann man das aus der Entfernung sehen? 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 Kann man irgendwie sagen, dass man feststeckt? Kann man irgendwie sagen, dass man feststeckt? Und steckt euch da einfach mal fest. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 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 23 Schaden, Stufe 17 Stufe 13 Kann ich alles übertragen? Ja, ist deine Truhe Achso, ne, ich meinte, ob ich alles mit einem Klick Ja, mit F Äh, ich glaube Dass ich bei den Ringen aber mal gucke Weil da kann ich auch welche von zerlegen, weil die Brauche ich nicht Oh, die Ränge, die kannst du mir dann notfalls geben Ja Mana Ausdauer, Lebenspunkte, Lebensraufchance Oh, wie schön Äh, auch den mit Plus einen Ausdauerpunkt, plus einen Ausdauerregeneration Oder soll ich den einfach zerlegen? Ne, den kannst du mir auch geben Bei den würde ich dann zum Beispiel fürs Minen Äh, also wenn ich, äh Mein will oder so nutzen Mmh Hm. Hm? Muss man eben zwei... Sind die ganzen... Ja, die Menschen sind schon umgezogen, ne? Ja, es ist eigentlich schon alles umgezogen, bis auf diese Truhen, wo Krams drin ist. Ja. Diese Kettenheilung ist ganz furchtbar, ne? Die stackt gar nicht aufeinander. Okay, das ist wirklich kacke. So, ich habe erfolgreich alles aus der Kiste geräumt. Ja, das war's für mich jetzt erstmal wieder mit Sport. Oh. Was hast du eigentlich angestellt? Ich habe in der Halbzeit mit den anderen rumgeblödelt und habe mir dabei das Knie wieder verdreht. Oh mein Gott. Ja, und jetzt ist es unfassbar dick. Und, äh, also wehtun tut's nicht wirklich. Mhm. Äh, aber ich kann's halt kaum bewegen, weil das so angeschwollen ist. Ach du Kacke. Hm, ja, toll. Und warum machst du auch sowas? Das habe ich bestimmt nicht absichtlich gemacht. Nein, ich bin mir sicher, dass ich das nicht absichtlich gemacht habe. So, das... Den kann ich... Dann kommt der da rein. So, wo stehen hier Menschen? Äh, hier im Haus. Ups. Äh. Du bist der Magier. Juhu. Ja, das dachte ich hier ist, äh, unser Expeditionshaus. Ja. Weil, wie du siehst, der Ausgeruhtwert musst du dir mal angucken. 25, ja voll gut. Ja. Ja. Ja, und hier habe ich erstmal alles untergebracht, was wir an, äh, Maschinen haben. Inklusive hier hinter. Mhm. Mhm. Und das hier dachte ich ist so ein netter Anfang für das Lager. Das da unten meinst du? Ja, genau. Ja. Und das fängt an, nachts echt langsam gut auszusehen. Ja. Ja, glaube ich. Das sieht auch jetzt schon mega gut aus. Vor allem, ich finde das so geil, dass ich die Bäume da platzieren konnte. Ja. Und die sind noch nicht mal ganz ausgewachsen, so wie ich das im Kopf habe. Mhm. Voll gut. Juhu! Aber nur die Mauern sind ein bisschen noch nicht so ganz, wie ich die haben will. Das sind die Burgmauern. Ja. Ja. Die finde ich nicht ganz so cool. Was aber viel schlimmer ist. Kommen wir mit. Das hier sind die nicht verwesten Mauern. Wie heißen sie denn? Auf jeden Fall andere Mauern. Mhm. Guck mal hier unter die Fensterbank zum Beispiel. Meinen sie aber nicht die Knochen, oder? Ja, doch. Mhm. Die werden durch die Mauer gespawnt. Hm. Naja, ist halt verwest oder wie auch immer, ne? Ah, verfallene Mauern heißen die genau. Ja. Ja, nee, hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm. Also das kommt noch alles anders. Hahaha. Aber ist voll gut geworden. Aber das ist jetzt erstmal nur der Anfang. Und das ist der Bauernhof. Mhm. Ja, da wir den da hinten nicht richtig mit nutzen können, ne? Ja, genau. Ich bin gespannt, ob man das hinterher noch erweitern kann. Also, dass man das nochmal weiter auflevelt. Ich hoffe doch mit irgendwelchen Updates. Ja. Weil viele haben das jetzt gemacht, die haben einfach diese Altäre, ähm. Miteinander geklatscht wahrscheinlich, ne? Ja, genau. So. Jetzt gibt es wichtige Punkte zu besprechen. Hm. Äh. Äh. Wir müssen unbedingt die Quests der Schreiner und Schmiede machen. Ja. Damit wir neue Sachen freischalten. Ja. Ich schau mal eben beim, äh, Magier, ob ich mir schon neue Ausrüstung machen kann, die besser ist. Ne, ja und nein. Hä? Äh. 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 Ja, kannst du und... Nein, du kannst nur zwei Sachen bauen, weil für die anderen zwei brauchst du Leder. Ja. Oder hat Fossilienknochen, ne? Ja, genau. Oh. Ich hab ne Mission. Der Bau von... Diadwin. Weißt du, Flammblut? Ich hab geholfen, Morvena zu bauen und ich hab sie nach meiner friedlichen Tante benannt. Ich hab hier in der Gegend tatsächlich schon viele Städte gebaut. Schon mal von Diadwin gehört? Ich glaube, ich hab dort einige meiner Fachwerkblöcke zurückgelassen. Warum siehst du nicht mal nach? Wer findet dem Gurt's? Äh. Oh. Die haben wir erledigt. Meine Fachwerkblöcke. Du hast meine Fachwerkblöcke gefunden. Hm? Behalte sie lieber für den Fall, dass du etwas mit ihnen anstellen möchtest. Ein neues Zuhause gebaut für die Ewigkeit zum Beispiel. Okay. See you later. Ach so. Die Stacken, das sind nur 40er Stacks von den Heilzaubern. Oh, das ist ja nervig. Oh. Deswegen hab ich so viele Stacks. Ich hab fünf Stacks nur an Heilzaubern im Inventar. Ja. Ja, okay. Vielleicht brauchst du die nicht. Wahrscheinlich nicht. Weil ich ja auch so wahnsinnig häufig... Heilst? Ja. 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 Ich nehm mal... Ja, schmeiß sie einfach rein. Ich nehm mal zwei, äh, ein Stack mit. Ein Stack und sieben. Das sollte eigentlich ausreichen. Jo. Der... Äh, der... Der Magierstab sieht halt auch richtig gut aus. Äh, welcher? Der hier. Oh. Okay, der sieht wirklich gut aus. Ey, du machst da Brandflang. Was? Moin. Moin Zuschauer. Äh. Äh, wie kann ich mich denn jetzt selber heilen? Weil ich heile immer nur dich. Äh, ich glaub mit den normalen Heilzaubern. Äh, ich hab nur Kettenheilung. Hm. Hm. Aber ich kann mich nicht heilen. Hm. Das ist ja höchst traurig. Jo. Dann halt doch mit Erdbeeren. Hahaha. Ach ja, und nur damit du was zum Lachen hast. Du hast gesehen, wie viele legendäre Sachen ich dir da in die Truhe gepackt hab und andere Zauberstäbe. Ja. Ja, ich würd mal sagen, das war nur ein Viertel von dem, was ich gefunden hab an Zauberstäben. Du hast nicht eine Sache für dich gefunden, oder? Kein einziges Schwert. Wow. Ja. Irgendwie finde ich immer Sachen für dich und du immer Sachen für mich, nur dass ich halt weniger spiele und dir dementsprechend weniger geben kann. Das ist echt gemein. Hm. Also ich wäre bright. Okidoki. Erst bitte des Schmiedes, oder? Ähm. Ich hab hier unten, äh, Zuhause Stufe 1. Über nem Elixierbrunnen. Ich weiß nicht, ob du das bei dir siehst. Ich port einfach mal hin. Ach stimmt, wir können den einen Dungeon jetzt auch mal machen, ne? Der bei uns vor der Haustür war. Ja. Ähm. Ich weiß ja nicht, welches Level das hier so haben möchte. Oh, 10. Also hier werden jetzt wahrscheinlich irgendwann Gegner Stufe 18 rumlaufen, oder so. Oh, die sind 16. Oh, die sind 16. Ja, aber warum wurde mir grade Stufe 10 angezeigt? Das... Am Confust. Das kann ich dir auch nicht sagen. Höchst tragisch. Ja. So, und das hier wollte ich nämlich mit dir zusammen machen. Deswegen bin ich hier noch nicht weiter rumgelaufen. Au, ja. Du hast direkt ne Truhe übersehen. Wow. Ich hätte ein paar Holzpfeile für dich. Ja, ne, danke du. Kann ich zerstören? Ja. Die Frage ist, gehen wir jetzt erst nach unten oder erst nach oben? Oh, ich will mal hier hinten langlaufen. Seltsames Bauwerk. Ja, vielleicht doch lieber obenrum. Ja. Du musst mal Bescheid sagen, ob du irgendwelche Probleme mit deiner Verbindung hast. Mhm. Oder irgendwas sich bemerkbar macht, oder, oder, oder. Also, aktuell läuft es besser als letztes Mal. Weil letztes Mal wurde ich teilweise zurückgesetzt beim Fliegen. Das war ein bisschen... Oh, was ist das? ...nervig. Ja, genau. Das war das mit der Latenz, was ich meinte. Mhm. Ich habe eine Zettel gefunden. Oh, schon wieder so ein halber Roman. Ähm. Neue Theorie. Ich muss meine Studien überdenken. Da habe ich das alles nicht als Erste entdeckt. Oh. Vor mir waren schon andere Expeditionen hier. Ein Volk aus dem Osten, angeführt von einer Nala. Sie glauben, dass es sich um eine Art Thor handelt. Wirklich interessant. Ich werde meine Theorien anpassen. Kaspian. Oh. Oh. Ich finde die Geschichte hier halt auch supergeil. Jep. Ist halt nur, wieso lebt hier keiner mehr? Ja. Da hinten sieht auf jeden Fall so aus, als würde es dann noch etwas geben. Ja. Ich glaube, wir ziehen gerade das Pferd von hinten auf. Ich glaube auch. Oh. Oh, Truhe. Oh, ein Lufthammer. Wow. Au. 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 Nein! Ich bin fast gestorben. Und wie hast du dich jetzt selbst geheilt? Mit einer Bandage. Oh. Okay. Ich dachte, es wäre ein Zauber gewesen. Nein. Oh ja, hier kommen wir auf die andere Seite. Oh. Ich finde die Kletterdinger immer total gefährlich, gerade wenn die überm Abgrund sind, weil du verbrauchst halt ultra viel Energie dabei. Ja. Oh Gott. Nervösen Finger gehabt. Fleischhacker. Und ein Zauberstab. So. Da ist es so cool. Dann blutet es wenigstens nicht direkt auf dem Boden. Nieder. Ja, das wäre ja auch super eklig. Nieder. Ach, das sah so aus, als wäre da irgendwas hinter. Ich habe jetzt aber auch keine Lust, hier fünf Milliarden Jahre in die eine Richtung zu hauen. Kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Achtung, das sind Nieten. Au. Oh. usa Milliề politics zusammen. deklar mit 40% ihren mindesten sch driedigen ging. Irgendwo müsste hier noch ein Schalter sein. Ok,... den hatte ich vorhin abgeschossen. unser wachsames auge den himmel für immer versiegelt energie die tief aus dem kern hervorbricht ein licht erstrahlt und durchdringt die grenzen des weltraums selbst eine tür die vom flammen vom flammen geküssten geöffnet werden soll der hellste funke wird den weg des feuers beschreiten und erleuchten was sich im schatten verbirgt die sterne dürfen niemals erlöschen die sonne niemals finster werden und über alle über allem wird sich ein vermächtnis erheben das auf ewig bestand hat so cool ja und damit wurden gerade ein ganzer haufen flammenschreien auf der karte aufgedeckt was soll ist das ich habe ja ein glück das berühmte drachenschwert ich vertraue meinen wissenschaftlichen instinkt aber damit bin ich wohl die einzige die anderen glauben nicht daran dass es das drachenschwert wirklich gibt sie halten es nur für eine fabel aus einer vergangenen zeit aber die existenz echter drachen würde den ursprung unserer großen versteinerten knochen vorkommen erklären und könnten könnte die lücken in der drachengeier abstammung füllen wenn ich das drachenschwert finden und aus seinem aus seiner vergessenen höhle bergen würde könnte ich meine theorie festigen bis dahin würde ich zum spött meiner kollegen werden wenn ich meine wahre these verrate ich habe es völlig vermasselt dieses seltsame bauwerk wissen nicht wozu es dient kaspian dieser idiot hat uns nach unseren fortschritt gefragt ich stammelte nur vor mir hin und hat mir dann einfach etwas ausgedacht sagte es sei ein tor zu den sternen dass die erbauer damit einen fahrt gegen himmel öffnen wollten angetrieben von der energie des feuers und ich glaube er hat das geschluckt ich möchte nicht dass kaspian etwas vor uns herausfindet ich habe mir sein steinmelzwerkzeug geschnappt und sind in unser lager versteckt und sie in unserem lager versteckt wenn lorien krim hier wäre würde sie mich dafür für schwer verurteilen aber nun ja wahrscheinlich ist sie mit dem dammen beschäftigt nala kann man hier irgendwo schlafen ja da ist auf jeden fall ein bett und in den zelten drin ah hier können wir wenigstens ein bisschen vorspülen aber wir haben neue steinblöcke freigeschaltet oh geil ich bin nach oben aus der höhle rausgerannt ja und da hinten gibt es noch zwei weitere höhlen ich war so damit beschäftigt die alkoholflaschen dazu plündern dass ich doch glatt die truhe übersehen habe nachvollziehbar man muss halt prioritäten setzen so als antialkoholiker ja ich muss ja vor den anderen verstecken ja sinnvolles musste ich auf auf einem geburtstag wirklich mal machen eine alkoholflasche von meiner besten freundin verstecken weil die hatte definitiv zu viele entus ok er hatte sich am nächsten tag und er hat mich angerufen und mich gefragt ob die mich nach hause gebracht haben was sie wohl bemerkt haben und wir saßen die ganze autofahrt zusammen in einem auto und haben gerichtet und dann sind wir bei uns in die straße rein wir haben da so einen transporter wo ich glaube jesus lebt oder so drauf steht und dann meinte sie in ihrem zustand guck mal ein transformer namens jesus ja das war ja das ist ja richtig schlecht ja die hat definitiv zu viel gebechert gehabt warte mal so ich muss mal hier runter das sieht nach einem boss aus ja war eine schlechte idee welches level 16 da kommt ja noch was ach sind das nicht wucher dafür nehme ich mal den großen feuerstab und die starken ja ja ich bin in kacke gelandet ich bin in kacke gelandet und schon wieder wieviel schaden machst du eigentlich wenn du drauf haust Äh, 115. Ah, okay. Wieso? Ja, ich mit meinem, äh... Wenn ich den großen Feuerstab nehme, mache ich, äh, 300. 350. Äh, und wenn ich den klein nehme, mache ich so 130, 140. Das ist doch ne... Oh, da ist ne Keule für dich drin. Ja, hab ich gesehen. Den kann ich nämlich... Oh, boy. Oh, boy. Was zur Hölle? Hä? Moment, ich bin verwirrt. Was ist das? Nahkampfwaffe. Oh, ähm, ja, die macht halb Schnitt, halb Feuer. Willst du die haben? Weil ich brauche keine Nahkampfwaffe, dann bin ich... Ja. Schenken. Stapel geben. Jasminas Vergöttlichung. Hm. Oh. Sieht richtig gut aus. Siehste, ich muss nur dabei sein, dann finden wir auch was für dich. Ja. Aber ist halt richtig bitter, ne? Ey, ja. Der Geruch wird den Affen umbringen. Dafür hätte er nicht mal angreifen müssen, was? Boah, ist das fies. Boah, das ruft instant nach einem Upgrade. Boah, ich hatte irgendwie die Hoffnung, dass hier, äh, Tonen sind. Nachdem das dicke Moppelchen da rauskam. Hm. So, wie kommen wir denn da hoch? Weil da oben geht's auf jeden Fall noch rein. Komm ich hier hoch? Äh. Wo laufe ich jetzt hier gerade hin? Ah. Aber ich habe oben ein Zuhause gesetzt. Da könnte man notfalls einfach runterfliegen. Das mache ich jetzt auch, weil ich... Mir fehlt gerade so ein bisschen der Plan, wie ich da hochkommen soll. So, und jetzt fehlt mir der Plan, wo ich hinfliegen muss. Cool. Äh. Ah, ne, wenn er in Kacke fällt. Ah, okay. Wow. Nur ein Haufen Tierfälle. Hm. Irgendwie deprimierend. Hm. Oh, da drüben ist noch was. Oh, hier ist auch nix. Wow. Uh, Kacke. Äh. So, jetzt wieder zurück nach Heimat. Schnellreise. Ich schnetzle schon mal ein bisschen. Ja, ich muss mein Inventar da leer machen. Der eine Vuka schämt sich, der versteckt sich in der Wand. Hahaha. Juhu. Hm. Dein Rucksack ist voll. Ich kann keine Händischen Schenkel mehr mitnehmen. Okay, das ist schlecht. Oh Gott. Echt, jetzt muss jeder Vuka was anderes dabei haben. Wahrscheinlich. Ja, ich komme dann auch mal nach Hause, um Inventar leer zu machen. Wir konnten endlich das Wichtigste von allen freischalten. Den Brunnen. Den Brunnen. Ja. Oh, wieder gut. Und das ist gut, dass du nach Hause kommst. Du musst hier mit in die Bude reinkommen. Oh boy. Eine Gerberstation. Hör mal, ich muss eine Gerberstation bauen, um Felle zu konservieren. Vielleicht hat ja jemand in den Nomanen anhöhen eine. Ich wette, das Konservieren von Fellen und Leder ist in diesen sonnenverwöhnten Ländern viel einfacher. Ohne diese Schneestürme, an die ich gewöhnt bin. Vielleicht haben die Eger aus der Gegend ein Rezept für eine Gerberstation. Kannst du dich mal umhören? Yay. Ein schwarzer Kessel. Ein Alchemist ist nichts ohne sein Kessel. Meiner ist vor langer Zeit in Flammen aufgegangen. Aber unsere liebe Emily Frey hat mir neue Hoffnung gegeben. Sie erzählte von Ikora, einer bemerkenswerten Magierin aus den Nomanen anhöhen. Sie ist wohl nicht mehr am Leben, aber wir können ihren schwarzen Kessel benutzen, um einen Alchemistentisch zu bauen. Äh, Alchemie-Tisch. Emily Frey kann dir mehr darüber erzählen. Flammblut. Ich bin das Klima hier noch immer nicht gewöhnt. Die Dünen des Ödlands waren einst meine Heimat. Ich frage mich, was hier blühen könnte. Mit einem großen Almanach der Pflanzen und Setzlinge können wir fantastische neue Feldfrüchte anbauen. Ich habe meinen in einem Lager zurückgelassen, als meine Karawane vor Gefahr floh. Könntest du ihn mir bitte zurückbringen? Okay, über Ikora. Ikora, ja, ich kenne sie. Sie ist zurückhaltend. Meint das andere Leute ihr die Energieraum. Ich denke, dass sie einsam ist, aber sie ist eine Meisterin, wenn es um das Brauen von Tränken geht. Sie hat ihren Laden in rauen Blick. Ich würde gerne mal ihre Arbeit bewundern. Angeblich kann sie mit Leichtigkeit jeden beliebenden Trank zaubern. Jägerin aus den numandenen Höhen. Lustig, dass du fragst. Meine Tante Morvena kannte diese furchterregende Jägerin. Groß wie ein Berg. Looper wurde sie genannt. Sie rang mit Vuka, zähmte Drachen und trank auch gern mal was. Tatsächlich hat sie einmal meine andere Tante, Dween die Ältere, im Vollrausch verprügelt. Boah ha ha. Dafür kam sie in den Rabenblick, Bergfried. Soweit ich weiß, hat sie das Tageslicht nie wieder erblickt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, da sind jetzt einige Sachen dazugekommen. So, da sind wir hier. so ich bin wieder vollkommen anwesend Halt, das war die falsche Werkbank. Wo ist die Werkbank, wo Sachen repariert werden? Bei den Brennöfen. Ach da. So, aber viel wichtiger. Wir haben neue Blöcke freigeschüttet. Wir haben keinen Feuerstein. Du hast gerade Feuerstein verbraten, ne? Habe ich nicht. Nö. Wofür sollte ich den Feuerstein verbraten haben? Für deine Feuerzauber. Ich habe gar keine gemacht. Okay. Jetzt ernsthaft oder kein Sarkasmus? Ne, ich habe wirklich keine Zauber gemacht. Okay. Dann hole ich mal eben Feuersteine. Weil ich will den neuen Baublock mir angucken. Hm. Schuss. 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 Das war's für heute. weil ich glaube das genau zum richtigen zeitpunkt dass dieser block gekommen ist ich wollte gerade sagen das sieht doch richtig geil aus das denn jetzt da auswendig ich mache einfach mal ja guck dir mal wie schön wie schön die fensterbank ist voll geil voll gut gefällt mir richtig hier kommen wir in das haus rein so kannst du ein pisspot machen ja welches komfortlevel wird die aktuell angezeigt 20 echt jetzt vier level für ein fucking pisspot ich muss hier raus was machst du da was denn noch nichts dann ist ja gut so wollen wir dann weiter laufen oder willst du was anderes machen weiter laufen warte mal wo ich muss doch zu dem da oben gehen oder nicht da wo ich jetzt hingeportet bin ja ich habe sicher den falschen genommen jedoch nicht falsche richtung ja jetzt ja es ja Untertitelung des ZDF, 2020 Oh, Achtung, Falle Jetzt weiß ich, was ich vergessen habe Was denn? Äh, meine Waffe zu upgraden Weil wir jetzt noch nicht weit sind, würde ich das nochmal eben fix machen Oh, Achtung Ooh Oh, Achtung 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 so Da ist wieder so ein Riesenmoppel, ein paar Gladiatoren, hier geht es nur ganz weit runter. Okay. Boah, der Buster teilt den auch noch. Oh. Ups. Watz. Nice. Die geben mittlerweile zwei Köpfe. Was? Also die Viecher geben zwei Köpfe. Achso. Das ist hier viel zu groß, ich weiß gar nicht, wo ich zuerst lang soll. Ja, kann ich verstehen. Ach, hier geht es auch noch lang? Ja, von da kommen wir. Stimmt. Aber für dich muss das hier voll Power-Leveling grad sein. Äh, ich muss mal drauf achten, wie viele Erfahrungspunkte ich kriege. Also ich kriege hier 192. Und da ist natürlich die Frage, ähm, wie gut ist das? Ich kriege 81. Okay. Das ist eher was für dich. Oh Gott. Wo sind wir hier gelandet? Ja. Soll. Oh Gott, was ist das denn? Jo. Irgendwas, was verdammt viel Aua gemacht hat. Hm. Was? Ach, das ist nur Kupfer. Okay. Jetzt werden wir schon dekadent, ja? Jaja. Mit niedrigen Sachen wie Kupfer wird sich hier nicht mehr abgegeben. Ja doch, Kupfer brauchen wir leider. Um da draus mit Zinn zusammen Bronze herzustellen. Nur brauchen wir dafür leider, leider das Schmiede-Werkzeug. Hm. Ähm, ja. So, und mit dem Schmiede-Werkzeug kann ich dann endlich auch eine neue Rüstung herstellen. Aber dafür brauchen wir auch Leder. Ja. Äh. Äh? Oh ja, kleine Katzen. Klein. Du hast ja eine ganz witzige Auffassung von Klein. Ja, die sind wenigstens nicht so nervig wie die Vuka. Stimmt. Ja. Oh. Hier ist das Tor, was ich eben gesehen habe. Oh, nice. Und was brauchen wir hier für? Oh, geht nicht. Hm. Weil ich habe andere Tore gefunden. Ja. Ja. Da brauchst du, äh, einen Schlüssel der Region für. Okay. Hm. Ich glaube, das sind die anderen Dungeons. Hm. Ja, wenn du willst und wir das Schmiede-Werkzeug geholt haben, können wir vielleicht noch, ähm, den einen Dungeon versuchen. Ja. 18.30. 20 Uhr. Ja, okay. Lass uns den Dungeon vielleicht lieber morgen machen. Okay. Also. Du hast Rohrzucker stehen lassen. Ja, wird auch schon bei uns zuhause angebaut. Ähm. Weißt du, ich dachte, ich entdecke irgendwas Revolutionäres und, naja, war mal schon. Ist halt langweilig. Äh, es wird erst wichtig, wenn du Weizen... Oh Gott, was machst du denn da? Wiese Katzen. Die wollen Aua. Und wenn du Weizen... Weizen findest. Hilfe. Hilfe. Ich bin doch quasi eine Papiertüte. Au. Hast du, äh, den Grabstein irgendwie so ein bisschen durchsichtig gemacht? Ja. Ah. Okay. Dann war das nicht nur Einbildung. Nee, nee. So. Ich würde sagen, als erstes holen wir uns hier Gerüchte über eine Drachenhöhle. Ja. Weil dann können wir weiter die Gerberstation holen. Vielleicht das große Eimer nach der Pflanzen und dann hoch, die bitte eine Schmiedes. Was ist das denn? Was? Äh... Waren wir da schon? Äh... Waren wir da schon? Ja, nicht in die Richtung. Oh. Wir haben einen Vogel erledigt. Ob so. Also mit der Rüstung eher eine Vorratsdose als eine Papiertüte. Mmh. Ey. So. Also mit der Rüstung eher eine Vorratsdose als eine Papiertüte. So. Ich glaube wir müssen da hinten hin, wo es rot leuchtet. Sicher, weil die Quest wird mir weiter in die Richtung hier angezeigt. Also ich würde erstmal hier oben weiter bleiben. Weil wir dürfen nicht nach hier unten. Nicht Richtung Turm. Weil das ist das alte Gebiet. Wir müssen hier nach unten. Ach so. Standort unten. Okay. Ah, hier. Wiese Katzen. Noch weiter unten. Äh... Ja. Anscheinend. Standort unten. Äh... Oh. Oh. Ich habe den Drachen gefunden. Oh. Oh. Was? Welchen Drachen? Das hier sind Knochen, wo drauf wir stehen. Oh. Oh. Okay, cool. Und wenn du auch Zeit hast, du könntest auch ein bisschen abbauen. Weil diese fossilen Knochen brauchen wir glaube ich auch für deine Rüstung. Oh. Oh. Ich baue jedes wertvolle Material auf den An... auf den Nomaden anhöhen oder so ab. Weil die den Erfolg bekommen. Oh. Oh. Ah, ich glaube weil du schon Zinn hat... Ne, Zinn hatten wir schon. Aber fossile Knochen hatten wir noch nicht. Ja. Oh, und ich hoffe die machen irgendwann ein Update, wo man sich eine Lampe an den Gürtel packen kann. Oh ja. Kann doch theoretisch... Äh... Ah, schade, dass man keine eigenen Mapmarker setzen kann, sondern nur einen Wegpunkt. Weil dann hätte ich... Doch, kannst du. Ja, wie denn? Rechtsklickmarker erstellen. Das funktioniert nur nicht bei den Sachen, wo du schon irgendwie ein Questziel oder sowas hast. Ja, okay, wenn ich hier Rechtsklick mache, dann markiert er immer das Questziel. Hm. Aber ich glaube wir könnten weiter, oder? Ja. Ich hab 41. Ich hab 15. Ja. Oh Gott. Hallo. Wow. Hast du ein Feen? Feen, die verdammt Aua machen, wenn die einen treffen. Dachte ich auch grad. Oh Gott. Da hinten ist eine. Oh. Habe die Ehre. Oh. Guck selber rein. Ist für dich. Oh, ein E- Oh, oh. Nice. Hä hä hä. Siehs dich, muss wirklich nur dabei sein. Ja, da kriegen wir auch die passenden Quests und so weiter dazu. Wie lustig das aussieht, wenn man da drüber läuft, dann springen ja Knochen und Schädel raus. Auch beim Abbauen sind die ganze Zeit bei dir so Schädel rumgefetzt. Ist hier jetzt noch irgendwas tolles oder war es das schon? Das war es glaube ich schon. Oh, hier geht es nach draußen. Oh Gott. Achso. Geil. Wo geht es denn hier lang? Was zur Hölle ist das? Ratte. Hier ist ja alles mögliche. So, ich dachte nämlich das hier ist so, hier leuchtet es irgendwie. Oh, ich habe einen Schatz gefunden. Noice. Ne, einen scharfen Haifischzahn. Gibt es hier noch irgendwas? Mach mal eben wieder Tag. Oh ja, danke. Ach schuld, ich muss auch gleich noch eine Runde mit dem Hund gehen. Oh, das wird nervig. What the fuck? Hm? Ja, das glaube ich dir, dass das nervig wird. So. Ach, das ist mein Vieh. Ich dachte schon, jetzt hört sich das auch noch so an, als wäre hier ein Drache. Hier geht es noch weiter. Ja, auch, ja. Immerhin haben die Kätzchen Dosenöffner Reichszahn. Okay. No. Okay. No. Ah, nur solche. Mein Rucksack ist voll. Ja, ich habe die mal mitgenommen. Das ist gut. Dann habe ich die Truhe nur für dich aufgemacht. Dankeschön. Ich meine, je mehr Waffen wir finden, die wir zerlegen können, desto mehr Geld kriegen wir halt, um bessere Waffen wieder aufzuwerten. Oh ja, zum Beispiel die beiden, die ich gerade bekommen habe. Yep. Die sahen schon ziemlich gut aus. Ich wollte gerade sagen, die sehen nämlich ziemlich übel aus. Äh, 37 Schaden machen die. Wow. Mein Stab macht, äh, ja, 20. Wobei der halt dreimal Mana Regeneration erhöht. Mana Raub und, äh, nochmal Mana Regeneration. Ah, okay. Und der normale Feuerstab, der macht bei mir halt auch 28 Schaden. Nein. Oh. So, jetzt müssen wir nach links laufen. Äh, also erstmal zu Gerber. Station benötigt, ne? Ja, hätte ich ja zum Beispiel gesagt. Ja, und danach kommen wir jetzt zu dem anderen Fragezeichen, was da neu ist. Genau. Wenn wir nicht wieder ganz nach da oben müssen. Ich befürchte es fast. Mhm. Oh ne, da hätte ich ja jetzt gar keinen Spaß dran. Okay. Ja. Scheinbar ist das hier ein Weg. Ja. Ja, okay, gut. Dann anscheinend doch. Ja, außer es wird jetzt mittendrin erprobt unterbrochen. Das sieht gut aus. Okay. Sieht schlecht aus. Dann machen wir erstmal die andere Quest hier, das große Almanach Buch. Jo. Oh ja, jetzt wo ich gerade das Huhn habe, kann ich gar keinen hören. Also ich eben online kommen wollte, hat mein Papa auf einmal geklingelt. Lea, komm mal schnell, wir haben neue Bewohner. So, nein, was hat er so getan? Komme ich runter, haben wir wieder Hühner. Oh, ich kotz nicht. Echt? Warum das denn? Weil die einfach nervig sind. Ich meine, jetzt habe ich mein Fenster nicht mehr in der Nähe. Schlafzimmer. Aber auch wenn es nur Hühner waren, waren so laut morgens früh. Oh, okay. Dass ich halt absolut nicht mehr schlafen konnte. Voll nervig. Oha. Der Kettenblitz ist ja voll OP. Ja. Wow, irgendwie ein wenig enttäuschend. Woops. oh nice trooper twerk nice oh gott sei dank guck mal was hier liegt der mit den grünen klingen ich glaube da können wir ganz froh sein oh ja ich habe schon wieder keinen platz mehr im inventar ich auch nicht ich könnte mal anfangen und mir meine mana tränke unten in die leiste ziehen damit ich die auch verwenden kann ja wäre hilfreich oben sind noch fahrs und ein mietekätzchen guck mal sie wollen kuscheln es ist die südliche karawane es hat mich tot gekuschelt jetzt muss ich gerade an dieses video denken wo man so darstellt ein böwen oder irgendwie tiger oder so und dann so eine frau die einfach nur mit armen ausgestreckter hinläuft kitty 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 ach gott oh gott oh gott wie will man sowas bitte der versicherung erklären gar nicht ja also meine frau ist gestorben weil sie wollte tiger umarmen und kuscheln ja wolfsrudel axt ich habe mystiker stiefel ne ich habe mir ja schieb mal rüber ich gucke mir gleich an ich habe einen zettel zum vorlesen ja hier ist nichts man würde denken dass könig jasmina mit ein wenig stil reisen würde mit klasse richtig ganz luxuriös mit elixier und bein nicht wahr aber hier ist nichts nur mal farben und kissen wenigstens habe ich einen einmal nach der pflanzen und setzlinge in jasmina zeck und ich werde einfach so tun als hätte es keine anderen schätze gegeben wenn simon fragt ich hoffe ich kann den knacker hinters licht führen ziemlich scharfsinnig dieser kerl abgesehen von meinen privaten kleinen schätzchen gibt es kaum etwas was man für surats rast gebrauchen könnte außer vielleicht die getrocknete juka die getrocknete juka frucht aber erzählt das nicht mutter kendall das das sind meine ein schatz an meine geliebte königin deine haut olivbraun und zart wie eine wüsten rosenknospe deine stimme ein sanftes beben ein warmer hauch im sommer regen immer eine ein liebliches sonett auf deinen lippen mein herz blüht auf wenn ich dich sehe ich möchte an deiner seite sein deine fußspuren neben meinen im sand sehen den heißen wind der dünen spüren und mit dir tanzen das ist alles was ich mir wünsche emily rauch am horizont ein verheerendes feuer ludert auf den dächern von surats rast wir waren zu spät sie kamen von rabenblick berg vom rabenblick bergfried geflüchtet jetzt ist so zurats rast ein scheiterhaufen des wahnsinns einfach fürchterlich was würde mama tun sie würde losziehen bevor die sonne aufgeht alles gepäck hinter sich lassen schnell und leise mit dem wind im rücken die straße zur blutwacht ist eine gefährliche wir müssen los ehre sei erlands gesegnet seien die erbauer jasmina ok wir können zurück war es das schon ja also so halb nur mein inventar ist voll das wollte ich vorher loswerden ach so ja das macht ganz furchtbar viel sinn oh ok ich warte mal bis du wieder da bist ja ich bin on my way ich bin mit einer karawane aus dem ödland hierher gekommen wir wurden von jasmine der tochter der verstorbenen königin erlands angeführt ich wäre ihr überall hingefolgt doch am ende gingen sie die erbauer haben uns unterschiedliche fahre für uns vorgesehen ich wünschte es wäre nicht so gewesen ich wünschte alles würde ich würde alles dafür geben ein weiteres mal an ihrer seite zu sein ich befürchte ich muss den zettel selber lesen ja 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 den den du eben vorgelesen hast weil ich habe die quest bei der nicht gehabt das quest system im koop ist schwierig vor allem wenn man nebeneinander hockt ja ne ok ich krieg keine quest aufhol sonst drückt mal j und dann unten äh verpasste quest ach feuerstellen für die bäuerin habe ich da noch oh ja anstatt dass man das nicht einfach so macht dass man irgendwie eine gruppe gründet die dauerhaft bestehen bleibt oder keine ahnung irgendwie eine zusammenkunft wie auch immer man es nennen möchte und ähm dann kriegen alle dauerhaft die quests und wenn man dann online kommt dann tickern halt wenn der eine bisschen mehr gespielt hat die ganzen quests dann runter weil so ist das doch kacke ja muss man eben neues kühlpack holen ich komme gleich wieder äh jo ja 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 ich habe zurückgekehrt und also auch da Bis zum nächsten Mal. Können wir eigentlich mittlerweile größere Rucksäcke machen? Äh, halt dich fest, wenn wir die Gerber-Station haben. Miau. Also müssen wir da noch ein wenig questen, damit es weitergeht. Ja, dann machen wir jetzt als erstes die Gerber-Station, das ist ja grauenhaft mit so wenig Platz. Oh ja, und dann können wir weiter hoch zum, die Bitte eines Schmiedes. Ja. So, aber von, da kommen wir nicht von dem Punkt aus, wo wir... Ich bin mir unsicher. Wir könnten, äh, oben, da wo wir vorher waren und dann da einfach am Berg langlaufen. Ja, ich glaube, das würde ich als erstes ausprobieren wollen. Hast du deine Sachen repariert? Ach, Quatsch, brauche ich nicht. Okay. So, wo müssen wir denn lang? Da und hier hinten ist eine Brücke über die Schlucht. Nur so ein Weg. Ah, wir müssen zu dem anderen Gebäude da hin, okay. Und ein bisschen Räubusch können wir gerne mitnehmen, ne? Oh, ich habe Mamerika gefunden. Stimmt, da können wir dann auch nochmal eben reinschauen, ne? Ja. Da ist irgendwas auf der Bergspitze auf jeden Fall. Oh, links liegt Zettel zum Lesen. Geräusche. Wir haben sie letzte Nacht gehört. Ich bilde mir das nicht nur ein. Die Inschrift, die Knochen, die Vuka kommen wieder aus den Tiefen ihrer Höhle. Wir müssen unseren Grabungsort verlassen. Es wird zu gefährlich. Wir werden auch alle Relikte zurücklassen. Ich möchte sie nicht verärgern. Loriane Krim. Joa. Ansonsten war es das schon. Okay. So ein pompöses Bauwerk und dann nur quasi ein Zettel und eine Quest. Joa. Erforsche Raben. Sblick Bergfried. Okay. Hey. Die Vuka-Höhle wollen wir jetzt nicht mitmachen, ne? Nee. Ja, Gott sei Dank. Ja, Gott sei Dank. No. Wahrscheinlich mussten wir eigentlich auch durch die Vuka-Höhle durch, um dann zur Gerber-Station zu kommen oder sowas. Wahrscheinlich. Oh ja. Ruhm für Mutter Lupa. Wir haben die Mauern durchbrochen. Lupa hat einfach den Stein zertrümmert und hinter dem Schutt befand sich tatsächlich eine Höhle. Wir fanden uns sofort unter ein paar Vuka. Aber die Mutter hat sie in ihrer Blindenwut beinahe lebendig gehäutet. Sie kann jede Bestie zähmen, wie sie kuschen und vor ihrer Gnadenlosigkeit erstarren. Aber hier werden wir nicht aufhören. Die Welt gehört uns. Der Rabenblick Bergfried ist erst der Anfang. Die Schwester von Lupa wird sich Surats Rast annehmen, während wir uns ein eigenes Versteck bauen, das selbst den Umbra-Krater überstrahlen wird. Ehre der großen Mutter Lupa. Aber die Befürchtung ist, dass das irgendein Boss-Vieh ist, gegen das wir kämpfen müssen. Glaube ich auch. Ach, guck mal. Das ist Felsrabenblick. Aber hier ist die Gerber-Station leider nicht. Schock. Oh. Oh. Schock. Oh. Ja, cool. Das wäre dann die dritte Waffe im Bunde. Ja. Äh, wollen wir weiter die Gerber-Station suchen? Ja. Okay. Aber das ist doch hier in der Nähe. Äh, ne. Mit dem Zettel ist die Quest aktualisiert worden. Oh, ne. Das ist ja voll weit weg. Hm. Hm. Ja, das Schlimme an der Sache ist, ich glaube der letzte Punkt bei dieser Quest ist dann, ähm, baue die Gerber-Station oder sowas. Hm. Oh, da könnten wir die Bitte des Schmiedes machen. Was soll ist das? Oh. Oh. Oh, ja. Ich bin Stufe 18 geworden. Heinz. Ging ja zum Glück überhaupt nicht hinterher oder so. Ja, dann lass erst die Bitte des Schmiedes machen. Das ist ja viel näher dran gerade. Ja. So. Wenn sie drei oder mehr fangen, dann können wir es holen. Ah. Ah. Hier wird lang bald was freigeschaltet. Das heißt Nemesis und wenn dann, äh, ein Freund in der Nähe angegriffen wird, wird das auf mich übertragen. Ah. Und was hier zum Teil auch fehlt, das merke ich immer öfters, sowas wie ein Reittier oder so. Oh, ja. Oder grundsätzlich so Tierhaltung. Ja. Dass die Ärsche sich hier auch verteidigen dürfen, das geht ja gar nicht. Hm. Oder? Der ist schon frech. Ja. Oh Gott. Was? Oh nö. Was? Und was? Ich kann das nicht angefangen. Ich kann das nicht entfernen. Ich kann das nicht entfernen. Ach ja, und halt dich fest, der Pflanzeimer nach ist auch noch wichtig. Was? Okay, halver Roman wieder. Wilde Kreaturen, wie entsetzlich, ein Gewitter hatte uns überrascht und wir suchten einfach nur einen Platz, um trocken zu bleiben und uns auszuruhen. Wir hörten sie in dieser Höhle kratzen und knurren. Sie müssen uns gerochen haben, denn sie griffen unprovoziert an. Einer von ihnen riss Christoph den Kopf ab. Aua. Sein Körper fiel zu Boden wie ein nasser Getreidesack und seine Keule rutschte ihm aus den Händen, bevor er sie überhaupt benutzen konnte. Das Tier hatte dickes, verfilztes Fell und aus seinem Maul ragten riesige Stoßzähne. Es brüllte genauso seltsam wie ohrenbetäubend. Buh, Karrrr. Oh Gott. Das wird mich für den Rest meiner Tage verfolgen. Das ist natürlich euch tragisch. Rafa, du hast gesagt, sie würden Montagmittag hier sein. Ich habe eine Ewigkeit gewartet, um das Paket für den Oswald anders abzuholen. Ich habe sogar einen Wagen vorbereitet, weil du gesagt hast, es wird schwer zu tragen sein. Alles umsonst. Sag den Conway-Brüdern, sie sollen einen Raben schicken, wenn sie da sind. Obwohl, wenn sie versuchen, ihre Route durch den Umbra-Krater abzukürzen, können wir das Paket komplett vergessen. Zu meiner Verteidigung, ich sagte ihnen, sie sollen diesen Weg nicht nehmen. Er könnte ihr letzter sein. Dieser Weg wird dein letzter sein. Ja. Natürlich wusste ich, dass da so ein Gitter war, an dem ich hochklettern kann. Oh. Oh. Willst du den Ring des Kommandanten haben? Hm, was kann der? Ich glaube, der hat 30 Mana-Punkte. Oh ja. Ich nehme gerne reichlich. Reparaturstation. Oh. Äh, die Bitte eines Schmiedes ist weitergegangen. Ja, aber das müsste jetzt auch der letzte Absatz sein. Ja. Äh, die Frage ist, wollen wir uns hier ein Home hinsetzen und dann, äh, später nochmal wiederkommen? Weil ich habe weder Leben noch, äh, Haltbarkeit von Waffen. Ich habe noch eins im Inventar. Oh, ich habe eins gesetzt gerade. Okay, cool. Dann einmal zurück nach Hause. Obwohl, der ist üblich in Karawana. Den können wir abbreisen. Okay. Okay. Ähm, ich geb dir ein paar Heiltränke, weil ich hab grad alles verbraucht, was wir hatten. Oh. Ähm, bestätigen, schenken. Oh, nice. Schenken, länger, bestätigen. Noch nicer. Halt. Oh. Der Schmied hat eine neue Quest. Bist du noch da? Nein, und gleich tot. Määäh. Was machst du denn? Ach, weißt du. Dies und das halt. Bisschen hiervon, bisschen. Freizeitmäßig auf Minen stehen, auf die Karte tappen und vor Panik nicht mehr aus der Karte rauskommen. Was man halt so macht. Der Schmied hat bei mir keine Quest. Oh. Das ist doch kacke. Oh. Ich glaub, Jackie kommt nach Hause. Okidoki. Ähm, die beiden Quests können wir trotzdem noch eben machen. Achso. Warte, du penst schon. Das ist gut. So, Herz aus Eisen. Du hast es drauf, Flammblut. Ich verrate dir ein Geheimnis. Das beste Eisenerz verbirgt sich in den Kuppenminen. Tief unter dem Miasma. Aber keine Sorge, wenn deine Miasma-Passivstufe hoch genug ist, solltest du kein Problem bekommen. Ok. Finde ich aber nett von ihm. Oh Gott, ist das weit weg. Es ist jetzt schon ultra krass, wie riesig diese Karte ist und die ist ja noch nicht fertig. Mhm. Deswegen meinte ich, Reittier, äh, Reittier wäre nice. Ja. Ich würde sagen, wir gehen vielleicht oben auf den Turm drauf und springen auf den nächsten Vorsprung da hinten. Ähm. Okidoki. Weil ich weiß nicht, ob wir dann da nicht hinterher sowieso wieder hoch müssen. Äh. Warum war die Tür jetzt wieder zu? Weil wir geschlafen haben. Oh. So, eben Ausdauer regenerieren und dann. In welche Richtung müssen wir da? Ich würde vielleicht da hinten auf den Vorsprung erstmal, genau in die Richtung. Äh. Wenn wir da hinkommen. Ja, ich, äh, guck mal. Ich glaube, da geht nämlich so eine Kurve hoch. Bist du umgefallen? Nein. Okay. Okay. Ja, auch schon. Ich bin dann dort unten. Ich hatte sowas irgendwie schon befürchtet. Aber ich bin lieber zu weit oben und spring runter, als zu weit unten zu sein. Hinter dir. Dann. Es geht vor... Hilfe, 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 Alarm. Okay. Ich war natürlich total tiefenentspannt, also... Ich hab da jetzt auch eigentlich gar nichts gehört. Nachtwache. Ich bin nun ein oder zwei Sekunden eingenickt. Ich schwöre. Ich dachte, mein Bruder würde mich wecken, aber nein. Es war der faulige Atem eines Verbrechers, der mich aus meinen Träumen riss. Ich hab Matthew aufgeweckt und wir sind geflüchtet. In unserer Eile haben wir das Geschenk fallen lassen, das wir für das Mädchen verschicken sollte. Was nun? Ach, was soll's. Und wenn schon haben uns eben ein paar Widerlinge aufgemischt. Haben wir eben das dämliche Geschenk verloren. Matthew meinte, dass es Zeit... Es ist... Es sei Zeit zu improvisieren. Wir werden unseren eigenen Brief schreiben, meinte er. Auf wunderschönes, parfümiertes Papier. Er wird es gar nicht merken. Jetzt müssen wir also nur noch unterschreiben, aber es gibt ein Problem. Ich hab ihren blöden Namen vergessen. Rachel Reagan, wenn ich nur nicht diesen verfluchten Brief in den Jasper-Inseln fallen gelassen hätte. Oh na, Prost. Mahlzeit. Gut, ich gebe es zu. Die Abkürzung durch den Umbra-Krater war eine schlechte Idee, aber wir hatten keine Wahl. Dieser unnütze Haken hat... Äh, Hank hat getrödelt. Also würden wir wohl ohne etwas Improvisation zu spät am Handelsposten Loderner Filz ankommen. Und dann würde ich mein verdientes Gold verlieren. Und das darf nicht sein, nicht wahr? Natürlich hat Hank während seiner Nachtwache in den Jasper-Inseln gepennt. Wie dumm, so ein... So ein Safthirn. Wir haben bei der Flucht das Paket verloren. Wie auch immer. Dann schreiben wir eben unser... Hä? Hast du das nicht gerade vorgelesen? Dann schreiben wir eben unseren eigenen Brief. Und das Geschenk... Nun ja, der Schmied wird gar nicht merken, dass etwas fort ist. Ich werde mit irgendetwas Nettem unterschreiben meine kreativen Säfte zum Fließen bringen. Das will ich gar nicht wissen. Hank kann sicher helfen. Der Kerl wird nichts ahnen. Einfach, nicht wahr? Ich will nicht wissen, welche kreativen Säfte der da zum Fließen bringt. Ja, mich auch nicht. Gibt Dinge, die muss ich nicht wissen und das gehört definitiv dazu. Hier ist rote Lava. Oh. Hier geht eine Brücke rüber. Standort unten, Standort oben. Die können sich ja auch nicht entscheiden. Das sieht aus wie... Als wäre das weiter unten. Wir können hier runter und uns dann... ...im Haken wieder hochziehen. Aua. Knobblätter. Knobblätter. Ah. Kann es sein, dass das... Wow, ich stand gerade auf dir drauf. Strom abwärts von etwas Faulen. An alle, die diese Gewässer geangelt haben. Weiter flussaufwärts wütet die Verderbnis. Ich habe gelegentlich schon Vieh und Waldtier in den stromschnellen Vorbeischwimmen gesehen. Gestern dachte ich, ich hätte einen großen Fisch an den Haken bekommen. Als ich ihn einholte, hat es sich als verrotteter Leichnam herausgestellt, der von einer Art Krankheit befallen war. Haut und Knochen waren verdreht und kaum noch zu erkennen. Und als ich noch schockiert dastand, tauchten schon zwei weitere auf und zogen an mir vorbei. Was für ein Unheil sucht dieses Land heim. An Vater. Ich weiß, dass wir uns nicht umgutig getrennt haben. Und du weißt, dass ich nicht gut mit Worten umgehen kann. Wenn ich in den Himmel blicke, erinnere ich mich daran... Aua. Ähm. Wenn ich in den Himmel blicke, erinnere ich mich daran, wie du mir das Gleiten beigebracht hast. Weißt du noch, wie viel Angst ich hatte, zu springen, mich von dem Vorsprung im Hafen fallen zu lassen? Du warst da. Du hast meine Hand gehalten. Du hast meine Hiebe gelenkt, als ich mein erstes Eisen schlug und die Funken flogen. Du hast nie gezögert. Ähm. Ich wollte deine Schmiede nicht niederbrennen. Ich war sauer. Wütend. Ich habe ja Mutters Temperament, wie du immer sagst. Jedenfalls sende ich neue Schmiedewerkzeuge. Sie sind, äh, sie sind wirklich gut. Ich habe sie schon erprobt. Nun. Ich schöne Zeit. Wir beide wissen, dass ich mich nicht gut verabschieden kann. Ein wahrer Anlass eben. Äh. Ein wahrer Anlass eben. Die Mutter. Rochel. Okay. Hm. Okay, hier kreucht und fleucht es. Aber ich habe einen Zettel gefunden. Noch einen. Äh, wo bist du denn? Äh, ich bin weiter zur Quest gegangen. Ähm. Ich muss gerade gucken. Ich höre nämlich Schritte. Okay. I guess I'm safe. Ähm, die Wahl des Orts für ein Grab. Amber wurde tot in Suratsrast aufgefunden. Sie war in der Hoffnung auf ein besseres Leben dorthin geflohen. Aber laute und ehrliche Mädchen wie sie, äh, überleben nicht lange in einer solchen Schlangengrube. Wir sind von Trauer zerfressen, aber ihre Mutter kommt kaum aus dem Bett. Als Ehemann und Vater habe ich zugestimmt, einen Ort zu finden, an dem wir sie zur letzten Ruhe betten können. Ich denke, der Baum hinter uns, hinter unserem Haus wäre gut geeignet. Ein ruhiger Obstgarten am Fluss. Ihr Lieblingsplatz, an dem sie gerne saß und nach... Okay. An dem sie gerne saß und nachdachte. Sie war so klug, so wortgewandt. Wir sind nicht ohne ihre... Ohne ihr Strahlen und ihre Anmeldung. Die Entscheidung, was auf ihrem Grabstein stehen soll, ist die reinste Folter. Mein Herz fühlt sich so schwer an. Es könnte genauso zu Stein erstarrt sein. Das klingt traurig. Oh ja. Ich hatte übrigens keinen Miasma-Schutz mehr. Deswegen musste ich gerade mal hier die Wurzel planieren. Oh ja. Gar kein Problem. Ich war wahrscheinlich auch dann kurzerhand daran verreckt. Hast du die Werkzeuge schon... Nö. Gerüchte über den Umbra-Krater. Hallo Emma. Es war seltsam, dich auf dem Markt zu treffen. An einem Ort, an dem du eigentlich nicht hättest sein sollen. Aber ich konnte die Notiz in die Lieferung zum Umbra-Krater schmuggeln. Und hoffe, dass du sie findest, bevor es jemand anders tut. Auch wenn wir nur kurz miteinander gesprochen haben, konnte ich erkennen, dass du eine anständige Frau bist. Die Gerüchte des Umbra-Kraters seien ein grauenvoller Ort der Unmenschlichkeit. Können also nicht wahr sein, oder? Ich habe so viele Geschichten über Untaten und Verderben gehört. Ich hoffe aufrichtig, dass wir beide nun erkennen, dass sie sich die Welt vor unseren Augen verändert. Vielleicht brauchen wir einander, um zu überleben. Bitte schreib mir zurück von Carlos. Hier ist was für dich drin. Ja. So, aber die Bergzeuge haben wir jetzt immer noch nicht gefunden, oder? Nee. Ich gucke gerade. Schmied, Schmied. Oder? Schmied, Schmied, die Bitte eines Schmiedes. Erst bei Inseln. Also ich habe ja auch noch eins mit drei Fragezeichen, aber... Ja, habe ich nämlich auch. Aber das wird das doch nicht sein, weil wir haben die Quest ja quasi. Oder ob das weiter oben ist. Warte. Standort oben. Ja. Ja. We are under attack. Oh, gefunden. Ah, dass wir so einen Hafen darstellen. Nice. Oh. Ja, jetzt sind auch die Fragezeichen weg. So, dann... Gucken wir mal, ob wir von hier aus überhaupt zu der Gerberstation hinkommen. Oh, ich habe noch einen Zettel. Wo bist du, Schwester? Liebste Lupa, als wir getrennt wurden, war ich außer mir vor Angst. Ich suchte und suchte, es fühlte sich an wie Tage. Und ich fand nun Rodaldo, einen Dieb aus dem Umbaukater, der meinte, dass du in Gewalt des Auftraggebers wärst. Warum nimmt er Kinder mit an diesen elenden Ort? Der Auftraggeber mag zwar grausam sein, aber Rodal... Rodalton hat mir versichert, dass du noch am Leben bist. Wenn auch als Gefangene. Er versprach mir, dir diese Nachricht zukommen zu lassen, Schwesterherz. Ich kenne dich gut genug, um zu wissen, dass du nicht mehr lange in Fesseln liegen wirst. Wenn du entkommst, kehre nach Hause zurück. Dann werden wir uns rächen. In Liebe, Kendall. Ich habe mich hier an der Seite hoch gebaut und das geht noch ordentlich nach hinten hier. Befestung. Jetzt bin ich schon wieder ganz unten gelandet. Jetzt bin ich schon wieder ganz unten gelandet. So, wo bist du? Wo bist du? Oben. Ja, links. Genau, ja. Ich wollte gerade fragen. Wo bist du? Oh, weiter. Das hat nur so mittelmäßig bis gar nicht gut geklappt. Käfer. Ja, ich hole mal die Truhe hier oben. So, wir müssen aber nach rechts. Es ist aber ziemlich rot da. Ich glaube nicht, dass wir von hier aus da hinkommen. Nee, sieht irgendwie nicht danach aus, ne? Obwohl ich sehe, ein Baum. True. Ja, da kommen wir auf jeden Fall rüber. Okay. Oh ja, siehst du diese Pocken hier? Ja. Das ist Minzholz. Hm. Nachher eine sehr frühe Erkenntnis von mir. Mit rechter Maustaste kannst du deinen Flug abbrechen. Oh, das ist gut zu wissen. Wieso ist hier ein Bienennest? Ich habe ein Schwebendes draus gemacht. Es waren Level 20 Bienen. Mhm. Ich habe es gemerkt. Oh. Wir haben irgendwie Aua gemacht. Rot. Wozu Hölle sind wir hier? Ich habe absolut keine Ahnung. Oh. Oh, wir müssen auch ganz nach da oben. Oh, shoot. Lass diesen Weg bitte bis nach oben führen. Dachte ich auch gerade. Vielleicht auch raus aus dem Miasma. Ja, es wäre nett, aber so weit nach oben führt er definitiv nicht. Oh doch, hier oben. In dieser geräumigen Einzimmerwohnung mit einem Stuhl. Wunderschön im Dekor, meinst du? Ja, genau. Ja, das Problem ist, da kommen wir immer noch nicht bis nach ganz da oben. Oh, kacke. Das habe ich ja völlig vergessen. Was? Ja, ich habe vergessen, dass wir hier irgendwo hochgekraxelt sind. Oh. Ja, ich lauf noch mal so ein Röntgen. Ja, ich meine, von hier kommen wir sowieso nicht weiter. Und da heißt, ich fliege dann mal. Nee, das Ende. The fuck. Vielleicht kommt hier irgendwo ein Aufzug. Oh, da war irgendein Vieh. Ich lauf einfach weiter. Tchuuu. Äh, jetzt hier ein Hip. Wie soll ich denn jetzt da rüberkommen? Oh, so. Oh, danke. Ich muss eben Ausdauer auftanken. Und, was gibt es zu essen? Was gibt es zu essen? Achso, wegen diesem Oh, danke. Achso. Nee, äh, meine Mama hat uns, ähm, Pennypunkte in Treppe gelegt. Oh, nice. Ja. Du, oh, Ruhe. Schön. Nein. Endlich, wenn der Ausfall. Shoot. Hm. Cutie, pullie. Da, da, da. Da, da. Dank. So. Was habe ich genommen? Bekommen? Ich habe eine Zwillingsseelenkeule bekommen. Okay. Ähm. Hast du eine Chance, irgendwo bei dir da ein Altar zu bauen? Nee, ich bin eben hier erstmal. Hm. Geht gar nicht, leider. Und, ich glaube, da unten ist auch überall rot. Verdammt. Ja, ich, ich, hier können wir uns eigentlich raus teleportieren. Ja, ich will jetzt nicht sagen, dass ich gerade gestorben bin, aber... Du bist gerade gestorben. Hm. Du bist gestorben für mich. Ich kann mich nicht teleportieren, weil ich im Jahr fahr bin. Musst du hochlaufen, die Treppe. Ja, ich muss erstmal wieder, äh, zu dem Turm hinfinden. Achso. Weil ich bin weitergeflogen. Oh ja, ich auch, aber in die falsche Richtung. Und da ist übrigens alles mit rot. Cool. Ja. Dachte ich mir auch. Aber wenigstens ist das Wichtigste mitgekommen und ist nicht liegen geblieben. Ja. So. Jetzt, da habe ich mich doch bestimmt. Okay. Ja. Ach, was war das? Ein Gegner. Oh. Ich habe so Trappeln gehört und dann war es halt auch einfach schon zu spät. Egal, ich gehe einfach nach Hause, da wird das Wichtiges in dem Sack sein. Ich kann mich auf E drücken, doch jetzt. So. Aber, ich werde mich jetzt tatsächlich doch schon wieder verabschieden. Ja? Ja, dann machen wir morgen weiter. Ja. Hättest du ein Problem damit, wenn ich noch versuche, die Gerberstation zu bekommen? Oder? Gar keinen Fall. Okay. Also, ich habe auf gar keinen Fall ein Problem damit. Nur damit das richtig verstanden wird. Okay, gut. Dann versuche ich da später nochmal mein Glück. Ja. Es sieht nämlich so aus, als ob man von der anderen Seite rüberspringen muss. Hm. Okay, gut. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend und viel Spaß noch und dann bis morgen. Bis morgen. Schönen Abend euch. Dir auch. Danke. Bye, bye. Bye. So. Bye. Bye. Dann holen wir eben unsere Sachen wieder zurück und vielleicht kriegen wir auch die Sachen von Manie mit. Okay, hier muss man wirklich von der anderen Seite rüber, aber es passt. Hey! So. Wir haben viel zu viele Sachen hier. Da geht auch nichts mehr rein. Hm. Große magische Truhe. Hm. Nice. Hier brauchen wir Garn und Stroh. Stroh ist nervig. Ich wollte eigentlich die Dingsons bauen. Ich bin der Worte. Ich bin der Worte. Ich bin der Worte. Okay, Schmiedewerkzeug mit Holzscheit und Eisenbarren. Aber jetzt können wir die beiden Sachen bauen. Hier brauchen wir Leder, also die Gerberstation brauchen wir da wirklich. Ja, verdammt. So, was haben wir denn da? Ja, du hast einen echten Brief gefunden, interessiert an mich, Rochelle, vielen Dank, Flammblut, ich werde ihn Ehren halten. Oha. Hose des Kräuterkundlers. Was hatte ich denn in der Hand, dass der... War das ja eigentlich mystische Grundstoffen, ey? Okay. So, machen wir erstmal das. Was? Was? Okay, darauf reagiert er auch nicht. Vielleicht braucht er wirklich dieses... Räumusch, Salbei, Paprika. Ne. Aloe. Leider nicht. Okay. Also wir müssen da wirklich die Dings holen. Die Gerberstation. Aber jetzt sind hier überall... Also hier ist jetzt eine Quest mit Notenblatt. Wukarbegegnung des Rotenblatt, südliche Karawane, Obelistenforscher, ein Schwarzer Kessel, Herz aufs Eisen. Schönerer Lager. Schönerer Lager. Aber echt geil, dass wir jetzt die Brunnen haben. Das bringt uns so viel. Richtig, richtig gut. So, ich würde mal eben ganz fix eben kurz auf Klo laufen. Also bis gleich. Schöner Lager. Sühlt Logos. P Almagel. HDP Lager. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 So, das musste leider eben fix sein. Und wir werden jetzt, denke ich mal... Oh... Ja... 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 So... Gucken wir hier runter und in die Richtung... Ja... 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 So. Plünderer Außenposten. Oh. 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 Okay. Okay. Und rein hier. Und rein hier. Okay, wir sind auf den richtigen Faden unterwegs. Okay. Was ist das? Oh, Luca Höhlenpassage, nein die wollen wir nicht nehmen. Oh, Luca Höhlenpassage, nein die wollen wir nicht nehmen. Oh, Gott. 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 Oh, wir kriegen Stroh, es hat sich alles gelohnt hier hochzukommen. Oh, nice. Geil. Okay. 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 Ahh! Ah! Wo sind die Materialien? Diese Kinder spielen mir schon wieder Streiche. Ich habe Phil gesagt, er soll ein paar normale Steinblöcke für die Brückenreparaturen holen. Er war natürlich nicht glücklich, doch er ist jung und agil. Er kann sich problemlos tragen, aber natürlich lädt er sie einfach ab und haste davon. Du wirst es sich ja selbst finden, Alter. Brichte nicht den Rücken. Was für ein Nicht-Nutz. Also, wo sind diese Blöcke? Oh, normale Steinblöcke. Oh, wie geil. Was für ein Nicht-Nutz. Wow. Ha. Sauber. Konnten wir sogar noch reparieren. Nice. Hm. Hasta mal. Still. Bye. Bis zum nächsten Mal. Äh. Das war's für heute. Oh. 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 Flammschild Oh oh, auf den habe ich überhaupt keinen Bock Oh 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 Gott sei Dank Lupas Zuflucht Unglaublich, du hast es wirklich geschafft Diese Gerberstation wird der Schlüssel zu unserem Überleben sein Los platziert sie, damit wir an die Arbeit gehen können Ich werde dich nicht mehr in die Arbeit gehen können Ich werde dich nicht mehr in die Arbeit gehen können Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Nice Oh, Sonnentempelgeschichten Auf dem Weg zum Ödland, sei lieber auf der Hut, meine Tante Elin wurde in einem Sonnentempel verflucht. Sie wurde von diesen Geisterschädeln von unten getroffen, sagt mir Klappernde Zähne. Es ist wahr. Naja, höchstwahrscheinlich. Du kennst Elin. Sie ist eine Quasselstripper, aber keine Lügnerin. Ist Eben nicht auch aus dem Flick? Was sie mehr? Faul und Zauber. Heimgesuchte Sonnentempel. Ich hab mal in der Nähe von einem gewohnt. Es war furchtbar. Unser Tempel sind heilige Hallen und Grabstätten, in denen die Erbauer geehrt werden. Die Funken dort werden durch Gebete genährt und schützen unsere Toten vor Schaden. Aber als sich das Miasma verbreitete, wurden ihre Lichter schwächer. Vielleicht ist unser Glauben ins Wanken geraten, als die Katakomben zum Leben erwarten. Klirrendes Metall, dunkle Geflüster. Seitdem halte ich meine Gebete in der Taverne so gruselig. Okay, wir brauchen die Knochen. Okay, wir holen uns erstmal die Setzlinge. Ich will davon ein paar mehr haben. Oh! Oh, nice. So, ich warte bei dem hier. Leben nach der Zeit. Bedeutung. Oh, oh. Oh, oh. So, ich mache das Bord. Oh, oh. Oh, ich mache das Bord. Was ist das? nice so was brauchen wir denn dafür nur stein oh Musik Bis zum nächsten Mal. Wir brauchen Salz. Die Karte sind an. Bis zum nächsten Mal. 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 Okay, das reicht. Bis zum nächsten Mal. Das sollte ein bisschen. Bis zum nächsten Mal. 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 Ich dachte, ich spüre, wie sie zurückstarren. Vielleicht bin ich mit dem Alter einfach verrückt geworden oder einsam. Ikora. Hunger in der Dunkelheit. Ich bin verrückt geworden, das weiß ich. Die jahrelange Einsamkeit hat mich den Verstammt geraubt. Die Leere, der Schlund im schwarzen Kessel lauernd abwartet. Sich drehend, er vernebelt mir den Verstand mit einem süßen, faulen Geruch. Er ruft nach mir, flüstert. Ich verstehe nicht, was er sagt, aber er weiß es. Er weiß, dass ich leer bin. Er ist auch leer, hungrig. Wir ähneln uns. Ichora. Ich brauch nicht zehn Minuten Rebellen. Ich bin Wunsch die Schwierigkeiten, die du zu tun hast. Ich bin Nicholas, habe ich gebetst. Das ist ein Problem. Ich bin der Klacken. Ich bin der Klacken. Ich bin der Klacken. Ich bin der Klacken. hey oh ich habe genug ich habe geschrien und die lehrer hat geantwortet der schlund war ausgehungert als er mein namen rief einsam sehnsüchtig wie ich ich hatte keine wahl er wusste es gefangen zwischen zähnen so scharf wie rasiermesser meine flanke zerschnitten und aufgerissen ich rutsche unter seine zunge und drehe mich ich erstecke an seiner wärme er hält mich in seinem inneren fest wir sind gleich wir sind eins warum ist mein fleisch hol eine grube ich bin leerer grube ausgehungert ich bin nichts die abwesenheit die lehre die je wenigen die vielen an der abgrund selbst oh 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Oh Gott Expeditionsprotokoll Nummer 1 Seit sich unsere Karawane aufgeteilt hat, wird die Verzweiflung mit jedem Tag größer. Oh, ich wünschte Königin Jasmine wäre noch hier. Ihre Anmut und Schönheit wäre jetzt balsam auf unserer Seele. Ich höre Laszlo jeden Tag in seinem Zelt schluchzen. Wir haben Hinweise auf Überlebende in einem Refugium der Flamme gesehen. Ein Umweg von einem ganzen Tag umsonst. Obwohl das Miasma ihnen immer näher kam, wollten diese Narren uns nicht beitreten. Sollen sie doch zu ihren Erbauern beten. Wir werden schon sehen, wie lange sie überleben. Wir müssen weiter. Leuchten scheint noch Ewigkeiten entfernt, Commander Sirius. Sollen sie doch zu ihren Erbauern beten. Sollen sie doch zu ihren Erbauern beten. Das war's für heute. Wiege der Dämmerung Brutmonsterität Das war's für heute. 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 Oh, Nägel und gebrannte Ziegel. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Oh Gott Ich wünsche dir auch einen schönen Abend noch Gute Nacht, schlaf gut Und dann bis morgen Dann spielt Manni auch wieder richtig mit Und ja Freue ich mich schon drauf Also Schönen Abend dir Schönen Abend, schlaf gut Schönen Abend, schlaf gut Okay Nee, nicht du So, dann holen wir uns noch ein wenig Zinn So, dann holen wir uns noch ein wenig Zinn So, dann sind wir uns noch ein wenig Zinn So, dann probieren wir jetzt mal Dann spüren wir uns noch ein wenig Zinn Okay, dann kannst du dich aufstehen Und dann machen wir uns noch einige Zinn Okay, jetzt geht es noch ein wenig zu Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Oh, ich hab keine Holzsäure. Das war's für heute. 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 Okay, so... Das war's für heute. Oh, okay. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.